Hallo zusammen, Thomas hier. Habt ihr schon mal werktätige Menschen fotografiert, also Menschen bei der Arbeit fotografiert? Ich kann mich noch gut erinnern, das fand ich sehr eindrucksvoll, es war vor einigen Jahren in dem amerikanischen Fotomagazin Lenswork war eine Schwarz-Weiß-Strecke von einem Besitzer einer Autogarage, die hieß Joe's Garage, wenn ich mich richtig an den Titel erinnere. Das waren unglaublich eindrucksvolle Bilder von auch schon einem etwas älteren Mann, komplett in Schwarz-Weiß fotografiert, sehr kontrastreich, mit seinen dicken, fetten, verölten Händen und richtig Rausch und alles, also Granatenbilder, das hat mich extrem beeindruckt. Dennoch, ich habe bisher für mich das Fotografieren von Menschen, die arbeiten und dabei, dass ich sie dann dabei fotografiere, bisher überhaupt nicht weiterverfolgt. Und wäre auch die Frage, wen fotografiert man denn da so bei uns in der Umgebung? Was mir so spontan einfällt, sind so die Handwerker, mit denen ich regelmäßig zu tun habe. Das ist der Heizungssanitärinstallateur, der einmal im Jahr zu mir kommt, um meine Gasetagenheizung zu warten und die Verschleißteile auszutauschen, damit die auch immer schön durchläuft, gerade im Winter, dass man es schön warm hat. Der Kfz-Mechaniker oder die Kfz-Mechaniker in der Autowerkstatt, wenn ich meinen Wagen zur Inspektion bringe, wenn ich die Reifen zweimal im Jahr wechseln lasse. Das sind so die offensichtlichen Kandidaten. Tischler natürlich auch, wenngleich ich eine lange Zeit keinen Tischler in Anspruch genommen habe. Aber ich habe hier auf der Rüttenschale, da haben wir eine Tischlerei. Das sind so die, die würden mir als erstes einfallen. Insbesondere natürlich lassen sich solche Fotos gut machen, wenn da wirklich was passiert. Vielleicht auch wirklich, wenn es dreckig ist oder wenn da ein besonders interessantes, schönes Licht auch dabei ist, wo man dann auch fotografisch sehr schön mit arbeiten kann. Und es gibt so, ich sage mal, Berufe. Handwerk, das liegt so ein bisschen im Verborgenen. Nicht, weil es versteckt würde, aber weil es seltener vorkommt, weil es von viel, viel weniger Menschen ausgeübt wird und weil man da auch normalerweise gar keine Berührung mit hat. Und solche verborgenen Handwerker sind für mich Glasbläser. Ich weiß nicht, kennt ihr Glasbläser in eurer Umgebung? Ich habe mal geguckt in Essen. Wenn man eine Internetrecherche macht und nach Glasbläsern sucht, dann findet man in Essen nur Glaser. Ich habe keinen Glasbläser beispielsweise gefunden. Wir hatten aber jetzt auf unserer Fotoreise in Venedig, jetzt Mitte, Ende Januar, hatten wir die Gelegenheit, Glasbläser zu fotografieren und auch nicht irgendwelche, wobei das jetzt auf gar keinen Fall heißen soll, dass alle anderen Glasbläser, außer denen, die wir fotografiert haben, vollkommen uninteressant sind. Aber ich denke, jeder von euch hat schon mal von den Glasbläsern auf Murano gehört, diese kleine Insel in der Nähe von Venedig. Und wir hatten die Gelegenheit, Glasbläser zu fotografieren in Murano. Und wir haben zwei Manufakturen aufsuchen können, die beide uns reingelassen haben, damit wir fotografieren können. Aber nicht irgendwo, sondern wirklich mitten in der Produktion. Die haben also für uns nicht die Öfen in den Showrooms angeworfen. Das machen die zuweilen auch schon. Dann wird nur ein bisschen Glas geschmolzen. Dann hantieren die so ein bisschen rum, produzieren irgendwie was, was sie nachher wahrscheinlich wieder wegwerfen. Aber wir haben richtig in der Produktion fotografieren dürfen. Die ganze Gruppe. Das war schon sehr erstaunlich. War mir natürlich auch sehr wichtig, dass wir das machen können. Aber es ging auf jeden Fall. Und das sind natürlich dann Bilder, die du machen kannst. Sie sind unglaublich authentisch. Und wir waren in zwei Manufakturen. Und das ist das erste Bild, was ihr hier seht. Das ist in der etwas kleineren Manufaktur. Und da sehen wir den Maestro. So wurde er uns auch vorgestellt. Und die Meister, die Maestros, das sind diejenigen, die dann wirklich die finalen Arbeiten, die schwierigen Arbeiten ausführen dürfen. Und als wir da waren, war auch ein Künstler zugegen. Der hatte den Auftrag von einem venezianischen Hotel. Der sollte einen Glasstuhl entwerfen. Den hatte er entworfen. Und jetzt wurde er in der Glasbläserei produziert. Und der wurde vergoldet. Es war ein goldener Glasstuhl. Und er war jetzt dabei, mit seinem ihm zugeordneten Gesellen, waren die dabei, den letzten Fuß für diesen Stuhl zu fertigen. Und das war wirklich sehr interessant zu beobachten, wie die so miteinander agiert haben. Und natürlich dann auch, wir sehen das jetzt auch in der Aufnahme schon, Feuer. Das ist natürlich dann ganz besonders beeindruckend, wenn man sowas auch fotografieren kann. Das ist also die erste Glasbläserei. Und die zweite Glasbläserei, die zweite Manufaktur, war schon um einiges größer. Ich habe da ganz bewusst mal in den Raum rein fotografiert. Und wir sehen einmal hier auch wieder so einen Maestro. Und wir sehen hier diverse Schmelzöfen. Hier ist einer, da ist einer. Und dahinter sind auch noch welche. Und auf dieser Seite waren welche. Also außerhalb des Bildes. Und hinter dieser Reihe, hinter diesen Öfen, ist noch eine zweite Reihe. Da standen hier, stand hier eine ganze Batterie hinten von Schmelzöfen. Und auch auf dieser Seite standen noch welche. Also die waren, ich schätze mal, zwei, dreimal so groß wie diese vergleichsweise kleine Manufaktur. Und das hat unglaublich Spaß gemacht, mit denen zu fotografieren. Oder besser gesagt, bei denen zu fotografieren. Und das Ganze ist natürlich auch an eine ganze Reihe Voraussetzungen gebunden. Denn das Problem ist, und das ist ja auch der Titel des heutigen Videos, Available Light Fotografie. Wir konnten natürlich nicht irgendwie uns das so alles schön machen, wie wir das dann letztendlich fotografieren wollten. Wir waren ja da nur kurzzeitig Gäste, die mal fotografieren durften. Also Staging war gar nicht möglich. Es gab keine Möglichkeit, denen zu sagen, jetzt mach das doch bitte mal anders. Oder setz dich doch mal anders hin. Oder kannst du nicht vielleicht dieses und jenes mal beiseite tun. Das würde jetzt in dem Bild stören, würde den Bildeindruck irgendwie stören. Das war alles gar nicht möglich. Also wir mussten mit den vorhandenen Gegebenheiten klarkommen. Also Staging ging nicht. Und Available Light natürlich, denn wir konnten keine, hatten wir natürlich auch nicht dabei. Aber wir konnten, hätten es auch nicht gedurft. Wir konnten kein ergänztes Licht aufbauen, um dann die Szene besser auszuleuchten. Und ähnliche Dinge. Lichtformer, Blitze, war alles nicht möglich. Wie gesagt, hatten wir auch nicht dabei. Weil wir es natürlich auch vorher schon alleine, weil wir es wussten. Dementsprechend mussten wir mit den Gegebenheiten klarkommen. Wir mussten mit dem vorhandenen Licht klarkommen. Und das war gar nicht so einfach, denn das vorhandene Licht war sehr, sehr stark wechselnd in seiner Intensität. Und gehen wir da mal drüber. Das ist jetzt eine Aufnahme, die ist relativ dunkel. Bzw. die Szene ist relativ dunkel. Die Aufnahme ist zum Glück nicht dunkel, weil natürlich die Kamera, kommen wir gleich zu den Kameraeinstellungen, weil die Kamera entsprechend nachgeriegelt hat. Ich habe also eine gewisse Automatik benutzt, damit ich mich möglichst auch auf das Fotografieren konzentrieren kann und nicht permanent meine Kamera von den Einstellungen anpassen muss. Und an die jeweiligen, beispielsweise auch sich stark verändernden Lichtsituationen anpassen muss. Und das war eine sehr, sehr dunkle Szene. Und eine zweite Aufnahme, damit ihr einfach seht, wie stark diese Lichtverhältnisse wechseln. Das ist jetzt eine Gegenlichtaufnahme. Da ist wirklich das Fenster im Hintergrund. Und das ist natürlich extrem schwierig, mit solchen Lichtverhältnissen klar zu kommen. Und da muss man dann gucken, wie man die Kamera adäquat einstellen kann. Aber dann gab es noch ein paar andere Probleme. Neben dem reinen Licht, mit dem man klarkommen musste. Wir sehen jetzt hier den Handwerker. Das ist wieder der aus der ersten Manufaktur. Da waren zwei Glasbläser aktiv tätig. Und was ihr hier seht, das war eigentlich die beste Perspektive, wie ich fand, die man zum Fotografieren nutzen konnte. Was wir hier sehen, ist diese Zange. Und die ist natürlich an dem dümmsten Platz für diese Perspektive. Dahinter ist es ja relativ hell. Man kann diese Zange sehr gut sehen. Sie bildet eine super klasse Konkurrenz zu dem Kopf und zu der Tätigkeit des Glasbläsers. Ganz einfach, weil sie durch ihre Form klar heraustritt. Und sie lenkt natürlich sehr stark in der Szene ab. Ich konnte dem nicht sagen, nimm die Zange da bitte mal weg. Oder wäre es möglich, der hatte wirklich was anderes zu tun. Das war im Übrigen auch sehr interessant. Die haben sich von uns überhaupt nicht stören lassen. Die haben ganz normal, jedenfalls das war mein Eindruck, ganz normal gearbeitet. Waren hochkonzentriert, musst du auch sein. Wenn du mit Feuer und mit geschmolzenem Glas umgehst, da kannst du dir keine Fehler erlauben. Aber trotzdem haben die sich überhaupt nicht gestört gefühlt von uns. Und konnten also ganz normal ihren Arbeiten nachgehen. Also was habe ich gemacht, um den besser zu fotografieren? Ich habe ihn versucht von vorne zu fotografieren. Habe ihn auch von vorne fotografiert. Und allerdings war dazwischen eine Plexiglasscheibe. Und durch eine Plexiglasscheibe, wer das von euch schon mal gemacht hat, ihr wisst, das ist nicht unbedingt das, was man machen möchte. Ganz einfach, weil eine Plexiglasscheibe ist eine optische Grenzfläche und die Aufnahmen werden nicht so scharf, wie sie scharf werden könnten, wenn da keine Plexiglasscheibe dazwischen wäre. Die Scheibe hatte durchaus, wie ich finde, einen angenehmen Nebeneffekt. Wir haben hier diesen schönen Schein, dieses Streifige von der Flamme, die da drunter ist. Wir haben aber auch noch ein weiteres Problem. Ich zoome da mal rein und da steht Fujifilm drauf. Das ist wieder die Spiegelung des Schriftzuges auf meiner Fuji X-T3, mit der ich die ganzen Aufnahmen fotografiert habe. Was mir auch noch einfällt, aber ich blende es euch auch sicherheitshalber mal ein, alle Aufnahmen, die ihr jetzt so begleitend seht, sind alle unbearbeitet. Die sind jetzt erstmal genau so, wie sie aus der Kamera kamen. Also, neben den Lichtverhältnissen gab es noch andere Probleme, die es zu lösen galt und das ist natürlich vergleichsweise einfach. Da kann man entweder einen Pullfilter nehmen, kam in dem Moment auch nicht in Frage, der hätte wieder Licht geschluckt, da hätte man den ISO-Wert noch höher ziehen müssen oder die Belichtungszeit kürzer oder die Blende weiter aufmachen, hätte man wieder Schärfentiefe verloren, hätte man sich weitere Probleme eingehandelt. Und dementsprechend, wenn man die Perspektive ein wenig verändert, sodass dann die Reflexion nicht mehr so zum Tragen kommt, dann kann man das auch entsprechend fotografieren. Und ihr seht das hinter mir, da habe ich ihn nämlich auch nochmal drin. Und da habe ich dann kein Fujifilm auf seiner Stirn. Ja, und wie stellt man denn jetzt die Kamera ein? Was ist denn wichtig, damit man solche Situationen möglichst gut fotografisch einfangen kann? Insbesondere, wenn man auch noch nie da gewesen ist, wenn man gar nicht weiß, welche Abläufe gibt es, wie bewegen sich die Menschen da, was arbeiten die denn, welche Arbeitsabläufe gibt es, welche davon sind interessant, sind ja nicht alle gleichermaßen interessant, wenn die einfach nur durchs Bild laufen, das wollen wir nicht fotografieren. Und deswegen gibt es im Wesentlichen drei Aspekte, die eigentlich wichtig waren, um die Glasbläser so gut wie möglich auch fotografisch in Szene zu setzen. Und das Erste hat mit dem Licht, mit dem Available Light und mit dem Umgehen damit überhaupt noch gar nichts zu tun. Das Erste ist, dass man sich erstmal Zeit nimmt, dass man nicht da reingeht und seine Kamera beschussbereit hat, vielleicht auch noch, so wie ich das normalerweise inzwischen habe, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich meine drei Objektive jeweils an einem Kameragehäuse habe. Am besten behänge ich mich damit auch noch und schieße dann alles ab, was sich mir in den Weg stellt. Das Beste ist es, erstmal fünf, zehn Minuten rumzugehen, zu gucken, was passiert da, was machen die, wie machen die das. Das sind ja auch wieder sich wiederholende Arbeitsabläufe, um die dann auch so ein bisschen zu studieren, um die dann auch zu fotografieren, weil man dann durchaus die Bewegung schon vorweg antizipieren kann. Weil man schon in etwa weiß, erwarten kann, was wird der jetzt gleich machen und was davon ist besonders fotografisch interessant. Das ist also ganz, ganz wichtig, sich erstmal auch ein bisschen Zeit zu lassen und sich erstmal einzulassen auf das, was da passiert und auf das ganze zugehörige Umfeld. Das Zweite ist natürlich, mit welcher Kamera fotografiert man das. Grundsätzlich, es ist jede Kamera geeignet, jede Kamera, die ihr habt, kann man für sowas nehmen. Das ist ganz egal, welche. Und ich, und dann ist natürlich auch die Frage, mit welchem Objektiv macht man das? Und ich habe ganz bewusst gewählt ein Zoom-Objektiv und zwar für Fuji in dem Fall natürlich das 18-55er Weitwinkel, relativ kurzes Weitwinkel auf relativ kurzes Teleobjektiv. Das ist bezogen auf Vollformat, entspricht das, ein bisschen weiter vielleicht, entspricht das einem 24-70er, so dem klassischen, ich sage mal Reportage-Zoom-Objektiv. Und damit wäre es man auch wirklich am besten klargekommen. Denn wir konnten uns zwar, ich habe es gerade gesagt, sehr frei bei den Glasbläsern bewegen, aber wir konnten uns natürlich nicht neben die stellen, schon allein aus Sicherheitsgründen. Ich habe es ja angesprochen, insbesondere das geschmolzene Glas ist natürlich nicht ohne. Und dementsprechend galt es natürlich auch einen gewissen Sicherheitsabstand einzuhalten. Und natürlich durften wir uns den auch nicht in den Weg stellen und die bei der Arbeit behindern. Also musste man eine gewisse Distanz wahren und da ist es natürlich dann sehr schön, wenn man mit dem Zoom-Objektiv dann doch den Ausschnitt noch ein bisschen optimieren kann, bevor man letztendlich auf den Auslöser drückt. Also 18-55er, 24-70er vergleichbare Zoom-Objektive würde ich für solche Situationen immer empfehlen. So und jetzt kommen wir mal zu den Kameraeinstellungen, um diese schwierigen Lichtverhältnisse auch in den Griff zu kriegen. Wie kann man denn darauf reagieren? Man kann natürlich hergehen und jede Lichtsituation ausmessen und die Kamera entsprechend einstellen. Das Problem dabei ist, dann hat man sicherlich vielleicht die beste Aufnahme, technisch die beste Aufnahme. Das Problem dabei ist aber, dann hat man unter Umständen den besten Moment verpasst. Man sollte also die Kamera so einstellen, dass man schnell reagieren kann. Dass man genau in dem Moment auch auf den Auslöser drücken kann, wenn das Interessante vor Ort passiert. Und deswegen habe ich die Kamera eingestellt, zunächst einmal zumindest. Ich bin nachher ein bisschen davon abgewichen, als ich dann schon auch so ein bisschen gesehen habe, was machen die und wie machen die das und ist vielleicht jetzt noch eine halbe Minute Zeit, um die Kamera doch manuell einzustellen. Aber im Wesentlichen und gerade zu Anfang habe ich die Kamera auf meine Fuji Street Fotografie-Automatik eingestellt. Eine Automatik, die sicherlich auch eure Kamera in der einen oder anderen Form hat. Und das heißt, ISO-Automatik und in Ergänzung dazu eine Zeitautomatik. Damit nämlich dann die Kamera entscheiden kann, welche Kombination aus ISO-Wert und aus Verschlusszeit passt für diese Lichtsituation am besten. Ganz wichtig dabei. Ich habe auch da in der Anfangsphase lieber etwas kürzer belichtet. Später auch da habe ich dann wieder ein bisschen länger belichtet, als ich gemerkt habe, so hektische Bewegungen finden da in der Regel nicht statt. Oder zumindest an der jeweiligen Stelle nicht, wo ich vielleicht gerade fotografieren wollte. Ich habe die Belichtungszeit zunächst eingestellt auf eine 250 in Verbindung mit der ISO-Automatik. Später bin ich dann bis auf eine 60 runtergegangen. Weil ich dann, wie schon angesprochen, gesehen habe, dass zumindest nicht alle Bewegungen so schnell, so hektisch sind, dass ich da mit einer sehr kurzen Verschlusszeit arbeiten kann. Und der Vorteil ist natürlich, wenn ich dann die Verschlusszeit länger wählen kann, dann brauche ich auch den ISO-Wert in dem Moment nicht mehr so hochziehen. Und die Aufnahme rauscht nachher vielleicht nicht so stark. Und ich muss vielleicht auch in der Bildbearbeitung nachher nicht so stark korrigierend eingreifen. Und die Blende, die ich gewählt habe, ist die Blende 5.6. Und das ist eine sehr schöne Blende, insbesondere auch, wenn man hier so im mittleren Bereich arbeitet. Die meisten Aufnahmen, die ich hier fotografiert habe, sind so zwischen 30 und 50 Millimeter entstanden. Und bei einer Blende 5.6 hat man dann doch noch schon ausreichend Schärfentiefe, dass man um den Fokuspunkt herum ein bisschen Reserve hat, wenn sich natürlich dann der Handwerker bewegt, was er tut. Er hier zum Beispiel, den wir hinter uns sehen, der hat natürlich sehr ruhig gesessen. Da war das sehr einfach. Aber insbesondere in der größeren Manufaktur, da waren deutlich mehr Aktionen. Die haben sich viel, viel mehr bewegt. Und dementsprechend war es dann schon ganz gut, wenn man einen gewissen Schärfentiefe Puffer hatte, sodass dann eine Bewegung nach vorne, nach hinten, dass man das immer noch auch in der gewählten Schärfentiefe hatte. Und was ganz wichtig ist, gerade bei solchen Situationen, wo sich das Motiv, das Objekt der fotografischen Begehrde bewegt, sowas solltet ihr auf gar keinen Fall, habe ich in dem Moment auch nicht gemacht, mit der Einzelbildauslösung fotografieren, sondern immer mit einer Serienbildfunktion. Quasi wie es die Tierfotografen oder die Sportfotografen machen, die ja auch bewegte Objekte fotografieren. Wobei, mit der schnellsten Serienbildfunktion muss man sowas nicht fotografieren, ist meine Erfahrung. Also, dann hat man auch extrem viele Bilder. Also, ich habe hier 850 Bilder gemacht in den zwei Stunden, die wir insgesamt in den beiden Glasbläsereien Zeit hatten. Und dann hast du nachher unglaublich viele Bilder, da muss man ja erstmal durch. Und da hat natürlich auch keine großartige Lust zu, jedenfalls ich nicht. Und dementsprechend ist ein ganz guter Kompromiss aus Serienbildfunktionen, aber nicht zu viele Bilder produzieren, zumindest nicht mehr als nötig, ist 3 Bilder pro Sekunde. Das ist eine Einstellung, die benütze ich auch inzwischen für die Streetfotografie. Mit 3 Bildern pro Sekunde habe ich immer noch, kann ich hier einzelne Bewegungen, interessante Bruchteile der Sekunde, der Bewegung dann auch einfrieren und festhalten. Habe aber dann, wie gesagt, nicht allzu viele Fotos. Also, mit 3 Bildern pro Sekunde Serienbildfunktion kann man sowas sehr gut fotografieren. Das sind also so die Herausforderungen und die vermeintlichen Lösungen bei der Available Light Fotografie der Glasbläser in Murano. So, und abgesehen davon, selbst wenn man eine Aufnahme nicht hundertprozentig scharf wird, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass man die Situation und dass man die besondere Stimmung, die bei den Glasbläsern herrscht und dieses besondere Licht zum Teil, dass man das ganz besonders einfängt. Dann kann es durchaus egal sein, ob die Aufnahme vielleicht mal ganz leicht, ein bisschen vielleicht sogar unscharf ist. Da ist die Stimmung, die man einfängt, viel, viel wichtiger als die maximale technische Qualität der Aufnahme. Das hat einen Riesenspaß gemacht, die Handwerker bzw. die Glasbläser auf von Murano zu fotografieren. Das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung und ich freue mich schon jetzt darauf, dass wir das nächstes Jahr wieder machen können, denn wir werden die Fotoreise in Venedig nächstes Jahr 2023 wieder anbieten und dann werden wir wieder zu den Glasbläsern nach Murano. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.